Rechte Faust in die linke Hand. Singli und einmal verbeugen. Und den Kopf lockern. Lockern zur Seite. Da kommt noch jemand. Nach vorne und nach hinten mal den Kopf. Und dann schauen wir mal nach rechts und links. Und unsere Schultern kreisen. Die Schultern. Bist du heute alleine, Sophia? Und der ohne den Jonathan? Ja? Okay. Und unsere Arme kreisen. Große Kreise nach oben. Hinten. Schön nach vorne, ganz nach oben. Klasse. Macht ihr das. Sehr gut. Und andersherum. Nach hinten. Gut. Toll. Lass alle rein, die noch jetzt gerade kommen. Und die Füße auseinander. Hände an unsere Hüfte und schön große Kreise. Große. Große Kreise. So groß wie ihr könnt. Jawohl. Drei Stück noch. Eins. Zwei. Drei. Und dann mal andersrum. In die andere Richtung. Ja. Und drei Stück noch. Eins. Zwei. Drei. Füße schließen. Hände an eure Knie und die Knie kreisen. Gehen wir einmal auf die letzte Seite und gucke ich, ob die reingekommen sind. Na, da rutsch. Jawohl. Knie kreisen. Auch da mal in die andere Richtung. Auseinander die Füße. Bleibt mal da. Bitte. Hände in die Decke und wippen. Schön zur Seite wippen. Jawohl. Weitermachen. Weiter, weiter, weiter. Zur Seite. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Okay. Gut. Wir müssen uns jetzt, damit wir uns ein bisschen aufwärmen können, etwas suchen, wie zum Beispiel einfach zwei Sachen, um die ihr herumlaufen könnt. Ob das jetzt zwei Kissen sind, zwei Becher, irgendetwas, um dass wir einen Kreis laufen können, um uns warm zu machen. Okay? Wir haben jetzt zum Beispiel, habe ich hier jetzt zwei Becher. Ja, stellt einfach eins an die eine Seite und dann an die andere Seite. Machen wir bitte wieder auf die erste Seite. So. Genau. Einmal hinstellen. So, wie ihr halt Platz habt. Und dann laufen wir uns ein bisschen warm, okay? So schön großen Kreis, wie ihr könnt, um die Becher oder um die Kissen einen Kreis laufen. Und füllt. Jawohl. Ein bisschen warm laufen. Sehr gut. Guckt, dass es euch nicht schwindelig wird, ja? Und stopp. Jetzt laufen wir in die andere Richtung. Andersrum. Andersrum. Ja, gut macht ihr das. Jawohl. Und stopp. Jetzt laufen wir nochmal andersrum, aber seitwärts, ne? Seitwärts. Ihr kennt das ganz. Seitwärts. Zur Seite. Und stopp. Seitwärts in die andere Richtung. Andersrum seitwärts. Jawohl. Gut. Gut. Und stopp. Super. Als letzte Runde rückwärts. Rückwärts im Kreis. Langsam um die Sachen. Guckt, wo ihr hinlauft. Rückwärts. 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 Und stopp. Sehr gut. Wenn ihr etwas hingelegt habt, könnt ihr das eben zur Seite räumen, ganz schnell. Und für die, die es zur Seite geräumt haben, Füße schon mal auseinander. Pferdestellung. Und die Knie an die Seite drücken. Rücken. Jawohl. Rücken schön gerade. Gut. Gut. Und fünf Sekunden noch. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Und wir strecken die Beine. Hände an die Seite. Und die Windmühle überkreuzt. Den Fuß berühren. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. In und hoch. Sehr gut. Ausschütteln die Beine. Lockern. Dann nehmen wir die Hände zur Seite. Ein Bein nach oben. Und stehen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun und zehn. Klasse. Gut. Schön konzentrieren. Anderes Bein. Hoch. Und eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun und zehn. Gut. Sehr schön. Ausschütteln die Beine. Und eine Grätsche möchte ich sehen. So tief wie ihr könnt. Hände auf den Boden. Beine schön weit auseinander. Bis es ein bisschen zieht. Lass die noch rein. Und zehn Sekunden halten. Kommt, soweit ihr könnt, Annabelle. Und halten. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Hinsetzen. Auf den Popo setzen. Beine auseinander. Mach einmal auf die zweite Seite, bitte. Hände in die Deckung. Und dann, soweit wie es geht, zu einem Fuß festhalten. Nase runter. Ist okay, Jana. Ist nicht schlimm. Alles gut. Kannst du auch so machen. Klasse. So geht. Und wir schwingen die Arme rüber auf die andere Seite zum anderen Fuß. Genau. Die laden immer nur, soweit wie es geht. Alle anderen auch. Sehr schön. Klasse. Und wieder nach oben strecken einmal. Beide Arme nach oben. Genau. Und nach vorne. In die Mitte, zwischen die Beine, Nase runter zum Boden ziehen. Soweit wie es geht. Halten. Halten. Und die Füße schließen. Ein bisschen locker. Ausschütteln die Beine. Ausschütteln. Ausschütteln. Und ziehen wir die Füße einmal ran. Aneinander. Ganz nah ran ziehen mit den Händen. Die Knie bewegen ein bisschen. Genau. Und einmal von oben mit beiden Händen runterdrücken. Aber es darf nicht wehtun. Okay? Nur so weit, wie es ein bisschen dehnt. Halten noch fünf Sekunden. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Knie zusammen. Hände in die Deckung. Und aufstehen. Gut. Kannst du wieder auf der Seite reinziehen. Klasse. Ausschütteln die Beine. Lockern. Und fünf Hampelmänner. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Gut. Sehr schön. Den einen Fuß nehmen wir nach hinten. Einen Schritt. Hände in die Deckung. Ich zähle. Ich zähle. Euer Fuß hoch schwingen. Eure Luft rauspusten. Okay? Und alle zusammen. Eins. Und zwei. Und drei. Und vier. Und fünf. Und wechseln. Das andere Bein nach hinten. Einmal die Beine tauschen. Jawohl. Deckung bleibt oben. Und eins. Und zwei. Jan, wo ist deine Deckung? Drei. Aha. Und vier. Und fünf. Sehr gut. Okay. Nochmal locker. So. Ihr wisst alle, wie eine Tigerstellung geht. Für diejenigen, die das noch nicht wissen. Nochmal. Ein Bein ist vorne. Beide Beine ein bisschen knicken. Und der hintere Fuß, der steht nur auf meinem Fußball. Die Ferse ist oben. Okay? So stellen wir uns jetzt hin. Hände in die Deckung. Alle in die Tigerstellung. Ja. Ihr bleibt da. Ich schaue mal. Tigerstellung. Hände bleiben in der Deckung jetzt, Erik. Ja. Hände hier. Tigerstellung steht. Auf mein Kommando jetzt gleich schwingen wir das Bein nicht hoch, so wie gerade. Sondern wir machen einen richtigen, vernünftigen Vorwärts-Tritt. Und danach wieder eine Tigerstellung. Ich zeige euch das nochmal. Ja? Schau. Tigerstellung. Das hintere Bein macht einen Vorwärts-Tritt. Eins, zwei, drei. Und wieder in die Tigerstellung stellen. Okay? Eure Luft raus. Bis zum Bauchtreten. Anton bleibt noch stehen. Hände in die Deckung. Alle zusammen mit dem hinteren Bein. Und eins. Und wieder in die Tigerstellung stecken. Ja. Gut, Emilia. Gut. Und zwei. Und zurück. Ja, Tristan. Gut. Drei. Denk dran. Alle vier Schritte. Ich zeige nochmal. Eins, zwei, drei, vier. Okay? Alle wieder zusammen. Zwei Stück noch. Und eins. Sehr schön. Sophia, klasse. Und zwei. Super. Schau mal, was meine Füße jetzt machen. Die tauschen einmal. Okay? Das andere Bein nach vorne. Wir bleiben in der Tigerstellung stehen. Hände bleiben immer in der Deckung. Nur den Vorwärts tritt. Ja, so sehe ich den Alessio. Ist okay. Nur den Vorwärts tritt mache ich mit dem anderen Bein. Und eins. Und wieder Tigerstellung. Gut, Raphael. Zwei. Ja, sehr gut sah das aus. Drei. Luca. Ein Vorwärts tritt. Luca. Deckung hoch. Nach vorne tritt. Nicht nach hinten. Vier. Vier. Luca. Du trittst nach hinten. Aber du musst nach vorne treten. Okay? Gut. Und fünf. Ja, das war besser. Einen letzten noch. Und feste. Sehr gut. Ausschütteln die Beine. Einmal lockern. Das habt ihr klasse gemacht. So. Weil ihr so gut seid, probieren wir jetzt eine echt schwierige Übung. Schaut mal genau hin. Ich mache einen. Vorwärts tritt. Aber halte das Bein oben. Und dann springe ich auf das andere Bein. Vorwärts tritt. Springen. Auf das Bein. Springen. Vorwärts. Springen. Vorwärts. Okay? Ich möchte, dass ihr das mal alleine übt. Probiert das mal. Ich mache das vor und ihr übt das einfach mit. Ein Bein. Und los geht's. Vorwärts. Springen. Auf das andere Bein. Auf das andere Bein. Immer wechseln. Das ist schwer. Gut. Konzentrieren. Ja. Sophia. Sehr gut. Sarah. Ja. Immer probieren. Ja. Nicht am Stuhl festhalten. Jawohl. Jana. Ja. Genau. Sehr schön. Connor. Mila. Mila. Konzentrieren. Ein Bein. Kick. Anderes Bein. Kick. Anderes Bein. Wow. Inga. Klasse. Sehr gut. Wir machen noch drei Stück. Schön. Connor. Eins. Wechseln. Zwei. Wechseln. Drei. Schön. Talia. Oder Talia. Sehr gut. Okay. Toll. Einmal ausschütteln eure Beine. Super. Für die, die das noch nicht so gut geschafft haben, alles gut. Das ist auch schwierig. Für die, die das... Viele haben das schon ganz, ganz toll hinbekommen. So. Als nächstes nehmt ihr euch etwas, wo ihr drüber springen könnt. Okay. Ein Kissen vielleicht. Legt das vor eure Füße, dass ihr da drüber springen könnt. Okay. Zu mir, zur Kamera springen wir am besten. Wo ist mein Kissen? Hier? Genau. Hier. Es legt ihr einfach vor eure Füße und stellt euch dahinter. Genau. Okay. Mach mal die erste Seite nochmal, bitte. So. Dann. Stellen wir uns alle hin. Wir machen es zusammen. So. Wir stehen. Und drüber springen. Dann. Ein Fuß nach vorne. Eine Hand an die Seite. Und wir machen die Blocks. Unten. Eins. Zwei. Hier hin. Vor euer Gesicht. So. Guckt mal. Vor euer Gesicht. Und drei. Und drei. Und drei. Über dem Kopf. Jawohl. Und schnell wieder zurück. Hinter unser Kissen. Genau das. Noch einmal. Und springen. Ein Fuß nach vorne. Eine Hand zur Seite. Und feste. Eins. Luft raus. Zwei. Und oben. Drei. Und zurück zu unserem Kissen. Schnell wieder nach hinten. Okay. Seid ihr bereit? Und springen. Einmal noch. Ganz schnell. Eins. Zwei. Drei. Gut. Schnell zurück. Hinter unser Kissen. So. Einmal stehen bleiben. Jetzt sage ich gleich springen. Dann springt ihr über euer Kissen. Und ich greife euch an. Okay. Mit einem Vorwärtstritt. Den schiebt ihr weg. Mit einem geraden Schlag. Den schiebt ihr weg. Und mit einem Schlag von oben. Den dritten. Okay. Gut. Und drüber springen. Hände in die Deckung. Eine Hand an die Seite. Und schiebt mein Bein weg. Eins. Mein Arm. Zwei. Und von oben aufpassen. Drei. Sehr gut. Einmal noch hinter euer Kissen. Klasse. Schnell wieder zurück. Und springen. Deckung hoch. Eine Hand an die Seite. Und aufpassen. Eins. Zwei. Auf meinen Arm. Und drei. Von oben. Klasse. Und einmal ausschütteln. Super gemacht. Euer Kissen könnt ihr zur Seite legen. Ja? Super. Dann stellt euch ein bisschen näher ran an die Kamera. So, dass ich euch gut sehen kann. Nehmt eure Hände in die Deckung. So, jetzt versuche ich euch zu schnappen. Okay? Und ihr müsst schauen, dass ihr zur richtigen Seite rausgeht. Was bedeutet denn das zur richtigen Seite? Das heißt, ich möchte, dass ihr immer zu der Seite rausgeht, wenn ich jetzt hier komme nach da, dass ihr immer an der äußeren Seite vom Arm seid. Wenn ich mit der Hand kommt, wenn ich mit der Hand komme, wenn ich mit der Hand komme, gehen wir in diese Richtung. Okay? Ich zeige das nochmal, warum mit dem Raphael. Der ist ja hier bei mir. Schau mal. Wenn die Hand kommt und ich gehe in diese Richtung, da ist ja noch die andere Hand, die mich schnappen kann. Deswegen gehen wir immer dahin, wo die Hand mich nicht schnappen kann. Immer nach außen. Okay? Das probieren wir mal. Stellt euch hin. Ich komme langsam mit der oder mit der Hand und ihr geht zur richtigen Seite. Gerade stehen. Und eins. Ja, nach da. Sehr gut. Und wieder zurück. Und zwei. Ja, Anton nach da. Genau. Und wieder zurück. Hände in die Deckung. Und nochmal. Aufpassen. Eins. Gut. Und wieder zurück. Und zwei. Jawohl. Und wieder zurück. Und eins. Ah, gut. Nochmal zurück. Und zwei. Gut. Sehr gut. Das war gut. Einmal ausschütteln. So, was wir jetzt machen ist, wir gehen an die Seite. Und dann, genau wie gerade auch, zur richtigen Seite. Und wenn wir dann zur Seite gegangen sind, dann machen wir einen Vorwärtstritt. Okay? Ihr geht an die Seite. Und dann ein Vorwärtstritt, den wir geübt haben. Okay? Wer das verstanden hat, nimmt einmal seine Daumen hoch. Ja, gut. Okay. Hände in die Deckung. Aufpassen. Und eins. An die richtige Seite. Und vorwärts tritt. Ja, schön, Florian. Gut. Und wieder zurück. Und zwei. Welche Seite? Und kick. Feste. Vorwärts tritt. Sehr gut. Und wieder zurück. Stehen. Und nochmal. Welche Seite? Welche Seite? Und vorwärts tritt. Feste. Ja. Und zurück. Drei Stück machen wir noch. Und eins. Schnell. Welche Seite? Ja. Und vorwärts tritt. Jawohl. Wieder zurück. Und zwei. Gut. Vorwärts tritt. Sehr gut. Macht ihr das. Klasse. Und den letzten. Welche Seite? Welche Seite fehlt? Ja. Und vorwärts tritt. Toll. Gut gemacht. Ausschütteln die Beine. Einmal durch die Nase einatmen. Durch den Mund wieder auspusten. Durch die Nase nochmal ein. Und durch den Mund wieder raus. Sehr gut. Klasse. So. Als nächstes brauchen wir vier Sachen, die wir um uns herum legen können, die wir berühren können. Egal ob das... Nehmt euch Becher, Kissen, Kuscheltiere, irgendwas. Schaut mal. Ihr legt das eine nach vorne vor euch. Dann neben euch. Neben euch. Und eins hinter euch. Okay? So, dass ihr in der Mitte steht. Und vor euch steht was. Ein Hütchen, ein Becher, ein Kissen. Neben euch. Ihr braucht vier Stück. Okay? Genau. Richtig, Anton. Bei vielen kann ich es nicht genau sehen. Aber ich glaube, ich glaube, ihr habt das gut verstanden. So. Wir stellen uns in die Mitte. Vor uns liegt das jetzt da, da und hinter uns. Wir bewegen uns jetzt in der Mitte immer mit den Füßen. Und dann sage ich eine Richtung. Okay? Okay? Berühren wir einmal und dann machen wir in die Richtung einen Tritt. Okay? Das heißt, ihr könnt, wenn es zur Seite ist, könnt ihr auch gerne einen Seitwärtstritt machen. Wenn es nach hinten ist, könnt ihr auch gerne einen Rückwärtstritt machen. Ihr könnt einen Rundtritt machen. Für die, die nur Vorwärtstritt können, machen die nur Vorwärtstritt in die Richtung. Okay? Noch nicht in die Reihen. Aber doch, der war gerade schon drin. Der ist wohl wieder rausgeflogen. Okay. So. Und wir bewegen unsere Füße zur Seite. Und wir fangen an. Nach vorne. Berühren. Und ein Tritt nach vorne. Und dann wieder zurück in die Mitte. Und wieder bewegen. Und hinten. Berühren. Eintritt nach hinten. Okay? Und wieder zur Mitte. Und bewegen. Und nach rechts. Berühren. Und kick. Und wieder in die Mitte. Bewegen. Jawohl. Und nach links. Links. Kick. Links. Und zurück. Und bewegen. Und nach hinten. Eintritt nach hinten. Eintritt nach hinten. Und wieder zur Mitte. Klasse. Und einmal wegräumen. Jawohl. Wer fertig ist mit wegräumen, stellt sich hin. Dann sehe ich, dass ihr fertig seid. Okay. Gut. Wir stellen uns wieder in die Tigerstellung. Einmal nach vorne. Tigerstellung, Hände in die Deckung. So ähnlich wie die Übung ganz am Anfang. Wir machen einen Fahrwärts-Tritt, aber vorher machen wir 1, 2, 3. Okay, jetzt ein bisschen schwieriger. Alle zusammen und 1, 2, 3. Deckung oben halten und die Luft rauspusten. 1, 2, 3. Okay, nochmal. 1, 2, 3. Sehr gut. Ein letzter noch. 1, 2, 3. Und die Füße einmal tauschen. Noch 3 Stück mit der anderen Seite. Und 1, 2, 3. Richtig feste Schlagen, okay? Mit ganz viel Kraft. Und 1, 2, 3. Und den letzten. 1, 2, 3. Ja, gut. Jawohl. Das hat gut geklappt. Ausschütteln die Arme und die Beine. Einmal lockern. So. Raphael, komm mal einmal zu mir. Wir stehen jetzt. Wir zeigen das einmal vor. Nicht ganz gerade. Wir stehen zur Seite. Okay? Ihr steht ganz zur Seite zu uns. Dann. Wir bewegen so ein bisschen. Und sobald ich mit dem Schwert komme, müsst ihr runtergehen. Und dann eine Rückfaust. Von der Seite. Wir zeigen nochmal die andere Seite. Wir stehen ganz seitlich. Nee, nee. Wir stehen das anders. Ja. Runtergehen. Von der Seite. Eine Rückfaust. Die Rückfaust kommt da lang, ne? Von der Seite nach vorne. Okay? Stellt euch mal so seitlich hin zu mir. Seitwärts zu mir stellen. Nehmt ein Bein nach vorne. Hände in die Deckung. Dann bewegen wir so ein bisschen seitlich. Und jetzt runterducken. Und ich halte eine Rückfaust. Ja, gut. Anton, aber nicht die Rückfaust. Nicht die Rückfaust durchschwingen. Okay? Die Rückfaust geht nur bis hier vorne. Und wieder in die Deckung. Nochmal. Beweg. Bewegen. Und runterducken. Und Rückfaust. Schön aus der Deckung. Jawohl. Und nochmal. Drei Stück. Und eins. Runter. Und Rückfaust. Sehr gut. Bewegen. Und zwei. Runterducken. Rückfaust. Tristan, schau mal. Beim Ducken. Nicht den Kopf runter, sondern die Beine runter. Okay? Besser. Und den letzten noch. Bewegen. Und runterducken. Und Rückfaust. Feste. Ja, gut. Okay. Einmal durchatmen und ausschütteln. Sehr gut. So. Dann. Der ist gleich schon für den nächsten Kurs. Möchte ich, dass wir jetzt noch... Machen wir noch etwas für unsere Muskeln. Wie immer. Wir legen uns mal auf unseren Rücken. Okay? Auf den Rücken legen. Und dann zeige ich euch, was wir machen. Schaut. Wir stützen uns hinten auf unsere Arme. So. Auf die Arme hochstützen. So nach oben. Genau. Ich zähle gleich zehn Sekunden. Und in den zehn Sekunden probieren wir, dass unsere Füße über dem Boden, schau mal, sich so wie eine Schere bewegen. So. Wie eine Schere. Ja? Und die Füße dürfen nicht den Boden berühren. Zehn Sekunden lang. Alles klar? Wir machen das alle zusammen. Auf die Arme stützen. Und los. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Zehn. Und wieder runter. Gut. Jawohl. Versucht mal, dass eure Beine sich nicht so sehr knicken, dass die schön gerade bleiben. Okay? Noch einmal. Und los. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Zehn. Ja. Gut. Einmal wieder hinstellen. Einmal die Beine ausschütteln. Und dann, als letzte Übung gehen wir in die Pferdestellung. Hier. Und wenn ich zähle, springen wir hoch. Hoch. Und wieder in die Pferdestellung runter. Okay? So hoch springen wir können. Alle runter. Und eins. Hoch. Und zwei. Hoch. Und drei. Hoch springen. Und vier. Hoch springen. Und fünf. Hoch springen. Okay. Gut. Ausschütteln die Beine. Ausschütteln die Beine. Das habt ihr klasse gemacht. Sehr gut. Stellt euch mal wieder in die Mitte. Stellt euch mal gerade hin. So. Wir hatten ja letzte Woche schon euch so eine kleine Challenge, eine Aufgabe gegeben, wo ihr auch was gewinnen konntet. Ich weiß nicht, ob alle das schon gesehen haben. Ich habe es noch nicht per E-Mail verschickt. Aber die Pratzen gewonnen haben zwei Kinder, die auch heute hier sind. Ich weiß nicht, ob ihr das schon gesehen habt. Und zwar ist das einmal der Noah. Der Noah Suren hat ein paar von den schwarzen Pratzen gewonnen. Und wir haben noch ein paar verlost. Und die hat der Ole gewonnen. Der Ole vier Jahren. Genau. Herzlichen Glückwunsch euch beiden nochmal. Wir schicken euch die Pratzen dann per Post zu. Dann könnt ihr damit zu Hause trainieren. Okay. Dann gibt es aber diese Woche eine neue Aufgabe für euch. Und zwar gibt es die Aufgabe, dass ihr etwas von oben runter treten müsst. Okay. Das heißt, ihr nehmt euch einen Becher oder eine Flasche. Stellt die auf einen Stuhl. Oder die kann auch jemand für euch halten. Ja. Geh mal auf die Seite. Und dann müsst ihr mit einem Tritt entweder Vorwärts tritt. Ihr könnt auch Seitwärts tritt nehmen. Das herunterkicken. Ihr könnt das auch auf einen Stuhl stellen. Ihr könnt auch für diejenigen, die schon ein bisschen fortgeschrittener sind, die können auch einen gedrehten Tritt machen oder einen Rundtritt. Okay. Das müsst ihr filmen. Zu uns schicken per E-Mail oder bei Facebook. Und dann könnt ihr eventuell, diese Woche habe ich mich dafür entschieden, eine private Trainingsstunde bei mir kann man gewinnen. Wer Lust hat, mit mir mal eine Stunde alleine trainieren zu können und ganz viel zu lernen, der probiert das mal mit dem Video und dann wünsche ich euch schon mal ganz viel Erfolg dabei. Okay. Gut. Dann verabschieden wir uns für heute. Wir machen die Füße zusammen. Die Hände an die Seite. Schön, dass ihr alle da wart. Wir wünschen euch eine tolle Woche und sehen uns beim nächsten Training wieder. Die rechte Faust in die linke Hand. Singli, einmal abgrüße. Bis zum nächsten Mal. Macht einer das Video bitte aus? Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Gemma, kannst du das Video bitte ausmachen? Bis zum nächsten Mal.